Hallöchen, weiter geht's hier bei Majora's Mask. Wir haben ja jetzt den Bossa Nova der Kaskaden gelernt. Den müssen wir jetzt vor Lulu spielen. Aber da gehe ich noch nicht hin. Ich mache jetzt mal was anderes. Ah, was ist hier? Ein Schild. Jetzt in der Höhle der Zoras, die Zora-Band mit dem Tiefsee-Sound, die Indiegogos. Ich weiß noch nicht, wie es ausgesprochen wird. Die Indiegogos, Goss, keine Ahnung. So, hier sind auch wieder diese Viecher. Hier ist ein kleines Zora-Spiel. Ja, man sollte die noch nicht ansprechen. Denn so wie sie jetzt stehen, ist es eigentlich eine kleine Hilfe für den Spieler. Hier ist nämlich ein kleines Spiel. Zora-Spiel, wer es war, Krüge zu verstören wird streng bestraft. Man muss alle Krüge mit einem Bumerang-Dingens fertig machen. So, ich glaube, ich stehe sogar schon richtig. Vielleicht noch ein bisschen nach hinten. Oder? Ich weiß es nicht. Seit 3DS-Fersion ist es auch so schwierig. Ja. Hervorragend, Mikau. Du hast da so ein Grinsen hinter deinem Gesicht. Da hast du 100 Rubine. Unter Abzug von 10 Rubinen. Ersatz für die Krüge. Da hast du 90 Rubinen. Versuche es mal wieder. Auf Anhieb geschafft. Ja, tut mir leid, ne? Das wollte ich nicht. Eigentlich wollte ich... Achso, ich kann dir nochmal zeigen, was passiert, wo man... Ah, ne, eigentlich ist das nicht zu zeigen. Das brauche ich nicht zu zeigen, wenn man die Krüge nicht auf Anhieb kaputt macht. Boah, ey, man wird immer zurückgestoßen hier, wenn man da die Rolle gegen macht. Dann bekommt man 10 Rubine abgezogen. Und man bekommt auch keine Rubine gutgeschrieben. Glaube ich. Ich weiß es nicht. Nur wenn man alle Krüge macht, dann bekommt man 90 Rubine. Ah, Mikau. Was soll das? Ansehen. Kristallfluss. Heimat der Biber. Vorsicht vor starken Strömungen. Ja, wo kommt denn das her? Karte ist von oben. Also, hä? Kommt das... Von... Oben? Wo bin ich denn? Achso, es kommt von... Von oben? Also, von der Bergsiedlung da, oder wie? Ja. Das Wasser im Canyon fließt nämlich... ... zum Sumpf. Das kommt ja dann da runter. Du hast dein Herzteil gefunden. Du hast bereits zwei Herzteile. Ja, dann geht's mal wieder nach oben hier. Wo ist denn das Zeug? Da ist es. Können wir noch... Oh! Ja, hat geklappt. Ja, jetzt hat's geklappt. Was ist jetzt los, ey? Manchmal klappt's, manchmal nicht. Halleluja. Na gut, wir haben jetzt den Enter-Haken. Das heißt, wir können uns da hochziehen. Jetzt hat er sich umgedreht. Steck ich richtig? Jetzt bin ich hier richtig. Ja, ne? Ja. Komm ich doch rüber. So, man sieht es ja schon. Taya wird hier blau und fliegt hin. Man kann auch die Vogelscheuchen-Polka hier spielen. Und die Vogelscheuche hier rufen. Ja. Ey, das ist immer so geil. Da ist der Punkt. Ich komm aber nicht hin. Ey. Mann, Mann, Mann. Sind 20 Rubinen drin. Brauch ich nicht. Ey, ich muss nach oben. Okay. Joa, dann gehen wir mal hier hin. Und lernen erstmal Norbert und Daggett kennen. Die Biberbrüder. Na, das müsste Daggett sein. Norbert ist der andere. Den muss man anvisieren. Man könnte jetzt ins Wasser springen oder warten, bis er wieder vorbeischwimmt. Wenn man den anvisiert. Ne? Also man kommt hier ja auch schon... Kommt man hier schon vorher hin? Hier kommt man gar nicht vorher hin, ne? Das ist eigentlich eine Sicherheitsvorkehrung von den Entwicklern, dass man dieses Spiel erst machen kann, wenn man die Zora-Maske hat. Aber die Zora-Maske braucht man ja, um den Endhaken zu bekommen. Also es ist ziemlich merkwürdig, dass man hier so eine Sicherheitsvorkehrung drin hat. Du schon wieder. Du kannst mich durch deine grüne Kleidung nicht täuschen. Jaja, ich kenne dich schon. Wir haben... Wir sind uns schon mal begegnet. Du willst doch eine leere Flasche. Quiek, quiek, quiek. Okay, ich gebe dir eine. Aber... Zuerst musst du in weniger als zwei Minuten durch alle Ringe im Fluss schwimmen. Na, wie ist das? Ah, klar. Insgesamt gibt es 20 Ringe. Du musst in der richtigen Reihenfolge hindurchschwimmen. Bla, bla. Ich zeige dir den Weg. So, hier nach vorne gedrückt halten und dann den A-Knopf gedrückt halten, während man in der Luft ist. So schwimmt man nämlich gleich los. In der 3DS-Version ist es ein bisschen dämlich. Da ist die Steuerung nämlich spiegelverkehrt. Da muss man erst in den Einstellungen hoch mit runter vertauschen. Damit man wieder die normale Steuerung hat, wie man es aus der N64-Version kennt. So, dieses Spiel muss ich jetzt nicht nur zweimal machen. Also, ich muss gegen den einen Biberbruder hier, Biberbruder, antreten. Ich muss gegen den anderen Biber auch noch antreten. Und das muss ich zweimal machen. Also, ich muss insgesamt viermal schwimmen. Und dann bekomme ich eben auch noch das Herzteil dafür. Oder Herzteil? Ich weiß nicht. Herzteil oder was anderes. Ich glaube, es war ein Herzteil. Ja, es war ein Herzteil. So, aber ich werde es, glaube ich, nur einmal zeigen, damit man sieht, wie es aussieht. Das zweite Mal ist ja genau dasselbe nochmal. Und deswegen werde ich es, glaube ich, nur einmal zeigen. Ich finde auch, dass es auf der 3DS-Version ein bisschen schwieriger ist, hier durch zu schwimmen. Da ist die Steuerung anders. Grundsätzlich anders. Und deswegen ist es sehr merkwürdig auf der 3DS-Version, finde ich. Hier geht es ja noch. Also, hier ist es ja recht einfach. Zack, und fertig. Oh, das war perfekt. Das ist nicht gut. Hast du mich gerufen, kleiner Bruder? Ich habe dich gerufen, großer Bruder. Die haben die besten Konversationen in diesem Spiel, ey. Eigentlich... Was? Eine leere Flasche? Ja, eine leere Flasche. Keine Sorge, kleiner Bruder. Für uns stellt eine leere Flasche einen Schatz da. Das ist das, was ich nicht verstehe. Keine Sorge. Aber für uns stellt sie einen Schatz da. Was ist das denn? Eigentlich müsste man sagen, für uns stellt sie keinen Schatz da. Keinen Schatz, ne? Haben die sich da verschrieben? Ich weiß es nicht. Nur weil du meinen kleinen Bruder besiegt hast, kann ich dir diese präziose nicht einfach überlassen. Nicht einfach überlassen. Du sollst sie haben, wenn du auch gegen mich antrittst. Willst du das versuchen? Natürlich. Die Regeln bleiben unverändert. Ja, aber diesmal warten 25 Ringe auf dich. Also, die Regeln heißen ja, durch 20 Ringe durchzuschwimmen. Und die bleiben unverändert. Aber ich verändere trotzdem mal die Regeln und erhöhe auf 25 Ringe. Na gut, dann machen wir es wieder mal. So, auch hier wieder nach vorne gedrückt halten. Und während man im Sprung ist, den A-Knopf gedrückt halten. Dann schwimmt man sofort los. So, hier sind jetzt ein paar fiesere Ringe mit bei. Bei manchen springt man dann so aus dem Wasser. Oder da sieht es so aus, als ob man da gezwungen wird, raus im Wasser zu springen. Man muss aber nicht aus dem Wasser springen. Man hat ja gerade gesehen beim letzten, beim letzten, oder vorletzten Ringen da, vor diesem Biberbau. Man kann aber aus dem Wasser springen, wenn man sich nicht so sicher ist. Ach so, die Routen, wo man hier langschwimmt, das unterscheidet sich immer, welcher Tag gerade ist. Beim ersten Tag schwimmt man dann da lang, beim zweiten, upsala, beim zweiten Tag schwimmt man dann woanders lang und beim dritten Tag schwimmt man auch wieder woanders lang. Also die Routen und dann, darum sind hier immer so eine, so eine Holzbarrikaden da, bei manchen, bei manchen Gängen, damit man in die Gänge halt nicht reinkommt. Die verändern sich denn, je nach Tages, ja, je nach Tageszahl, welcher Tag ist, welcher Tag gerade ist. Ja, genau, wo ist er denn jetzt gerade gegengeschwungen? Das sind mir die liebsten Fehler. Am besten noch so eine Sekunde vor Schluss, dass die Zeit dann abläuft. So, und jetzt muss man, wenn man das Herzteil haben muss, dann darf man hier nicht rausgehen. Ja, man muss jetzt hier drinnen bleiben und mit den Biberbrüdern nochmal sprechen. Er ist wieder da, kleiner Bruder. Ja, wieder da, großer Bruder. Aber wir haben gar keine leeren Flaschen mehr, kleiner Bruder. Nein, keine Flaschen mehr, großer Bruder. Aber wenn du trotzdem gegen mich antreten willst, geht es in Ordnung. Was hast du vor? Ich will schwimmen. Als erstes trittst du gegen meinen kleinen Bruder ein. Ja, ja, genau schon. Diesmal ist die Zeit auch wieder, nicht wieder, sondern diesmal ist die Zeit ein bisschen kleiner. Das heißt, man muss es in einer kürzeren Zeit schaffen. Glaube ich. Ich glaube, das war ein kürzeres Zeitlimit. Wenn man jetzt wieder rausgegangen wäre und nochmal reingegangen wäre, dann hätte man das, dann hätte man das erste Mal nochmal machen müssen. Also dann hätte, ja, dann hätte man es doppelt machen müssen. Dann wird das wieder, also besser gesagt, dann wird das wieder resettet. Denn, äh, ziemlich blöd gemacht irgendwie. In der 3DS-Version ist dieser Fehler auch mit enthalten. Da haben sie das nicht rausgenommen. Normalerweise ist das ein Spielfehler, ja, das dürfte eigentlich nicht resettet werden. Aber es wird wieder resettet, wenn man rausgeht. Also, dass man das erste Mal, zweimal gegen diese Bieber-Brüder gewonnen hat, das wird wieder resettet, wenn man rausgeht aus diesem... aus diesem... aus diesem... Und deswegen muss man die direkt danach nochmal anquatschen. Bevor man hier wieder rausgeht. Damit man das dann auch hinter sich hat. Er hat es schon wieder geschafft, kleiner Bruder. Wieder geschafft, großer Bruder. Schäm dich, kleiner Bruder. Jetzt bin ich dran. Was wirst du tun? Lass uns schwimmen. Das Zeitlimit bleibt nach wie vor 1,50. Aber diesmal musst du 25 Ringe treffen. Fall nicht zurück. Boah. Das ist immer nervig, wenn man da irgendwo gegenkommt. Ja, meistens... Also, meistens kann man das denn vergessen. Nein! Okay, die Zeit ist abgelaufen. Aber du hast es auch nicht geschafft! Der große Bieber hat das auch nicht geschafft! Äh... Ey, ich mach so einen Fass auf, wie ich das hinter mir habe. Halleluja. So, geschafft. 5 Minuten dürfte man sich Zeit lassen, ey. Er ist ein würdiger Gegner, kleiner Bruder. Zeig's ihm, großer Bruder. Wenn wir ihm das geben, wird er uns dann wohl in Frieden lassen? Ja, ich will aufhören, großer Bruder. Du hast dein Herzteil schon wieder gefunden, obwohl sie es mir gegeben haben. Bitte, wir haben keine Lust mehr. So, jetzt kann man hier rausgehen. Meine Güte, endlich, endlich. Mann, Mann, Mann. Ach, jetzt hätte ich hier auch... Äh, jetzt hätte ich auch einfacher haben können. Jetzt könnte ich hier zum Beispiel reinspringen und hätte mir das Herzteil holen können. Okay. Merke ich mir mal fürs nächste Mal. Joa, jetzt schwimmen wir mal zu... zu den Zoras. Und schauen mal, wie es da... vonstatten geht. Das ist natürlich praktisch. Ein fieses... Ein fieses Fischli. Einfach dort aufzutauchen, wo ich nicht ausweichen kann. So, hier kann man... Im offenen Wasser kann man ja ausweichen. Hatsch. Oh! Meine Güte. Endlich drin. Halleluja. Höhle der Zoras. Und da oben steht auch noch ein Zora. Da sieht man nur den Kopf. So, hier ist die Höhle der Zoras. Joa, wie es weitergeht... sehen wir vermutlich... in der nächsten Folge. Wenn ich nicht wieder durch irgendwas abgelenkt werde. Na gut, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.